Rose um ein offizielles Verhör. Kommissar Poindexter hat schnell eine Theorie, woher die Hämatome stammen. Sie fragen Rose, ob sie einen Lügendetektortest machen würde. Und Rose willigt ein. Bist du in der Versuchung von Martin? Nein. Nein. Sie hat das Polygraph verletzt. Sie hat wirklich eine persönliche Interesse. Wir hatten das Knappchen, sie hatte die Brüse. Sie war eher wunderschön. Sie waren ein bisschen verrückt. Und dann hat sie das Polygraph verletzt. Die Kommissare sind sicher, dass Rose etwas mit Martins Tod zu tun hat. Doch Rose sagt, dass sie gar nicht zum geplanten Date mit Martin gegangen sei. Die Ermittler wollen die Geschichte überprüfen. und nehmen ihren...